hallo und herzlich willkommen wieder zurück zu let's play smooth overwader sie hat vielleicht einen kleinen frame verpasst aber was ihr nicht verpasst hat ist ob leute heute krank sind also noch dazu sind zwei leute schon krank gemeldet mal schauen mal schauen was noch kommt krank meldungen dem all users transport ach so okay so 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 noch ist nichts keine krank meldung das ist erstmal gut das ist super jetzt dieser handyman ist anscheinend ein handwerker was ist selber noch nicht und repariert jetzt er präpariert scheibenwände und so weiter hast du nicht gesehen am besten hat man immer einen eigenen handwerker der denn hier back office agent feier ich brauche inbound okay ach es hat sich wie jemand krank gemeldet you'll be good see you tomorrow i love you ach so das ist der typ den ich gefeuert habe der denkt also okay der denkt wirklich das war ein scherz tut mir leider leid es war leider kein scherz weil ich brauchte ich nicht da ist bringt mir der typ da viel mehr ein so und hat nicht so eine schlechte laune so was haben wir inbauen alles okay so 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 irgendwie müssen ja die ganzen sachen irgendwie ab erbe abgearbeitet werden die ganzen sachen heißt na schön 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 so alles läuft anscheinend supi supi wenn ich das mal so jagen darf ne schön mein upload plan also der der upload plan ist ja auch derzeit muss man muss ich mal sagen wirklich sehr voll weil es kam halt ja viel viel videos output und der wie der geste schnitt da muss man schneiden und so weiter und dann kommt es auf einmal raus schon eine ganze menge und halt wer zuerst mal zu er sei ich mal und das wird dann immer gestrickt natürlich möchte das display ja gesagt was nicht eine woche ausfallen lassen deshalb versuche ich das auch wenn was dazwischen kommt das dann alle zwei tage noch ein let's play kommt also zum beispiel jetzt hier let's play smooth operators das ist sehr interessant und ich weiß gar nicht wo ich grad bin hier mit der zeit und so ich glaube jetzt gerade sollte neben smooth operators hier angespielt wo es klar muss sein da kann ich euch jetzt mal spoilern das nächste wird ja angezockt ghostbusters video game ghostbusters video game aber hier vor mir legen wird bestimmt spaßig ansonsten wenn sich da was ändert wird das sehen glaubt wenn sich da wirklich was ändert dann würde ich als ausweichen weil ich teile da lego walkway das nehmen das wird auch spannend das aber auch erstmal als let's play geplant wird aber glaube ich scheitern weil das spiel relativ oder ich mache es dann doch als let's play ihr seht grad ich leg mich nicht wirklich fest ich glaube da mache ich doch lieber ein angezockt von ultra für die ultra radio control razors deluxe alter heißt das spiel wirklich so hier 3d ultra rc razors deluxe spiel das spiel das spiel ist wirklich sondern das ist ein älteres spiel aber da weiß man ja auch nicht wie es denn klappt so weil muss geschaut werden man hört schon hämmern da weil der typ da der hämmert gut kann gut nageln so und da habe ich hier eine quest ein titel on we can record to sydney ja komm mach mal mach das mal mach mich glücklich so freunde 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 ich habe eigentlich so viele spiele so zur verfügung wo man angespielt raus machen kann eigentlich wollte ich ja hier irgendwie sowas machen wie der tote biskut biskut dass er halt so what the fuck ist und dann noch hier eine bewertung raushauen weiter das ist jetzt irgendwie etwas angespielt obwohl da der review faktor gesagtermaßen relativ niedrig ist da das eher so preview ja und halt so ja nun ja ihr seht ihr seht schon ich bin hier top vorbereitet leute so ihr jetzt sieht schon mal in sachen ordentlichkeit ordentlichkeit genau ach den habe ich gefeuert die zwei haben haben einfach gequittet fängte fotos hier über ihr quitt ach so diese abgehauen die haben die arbeit komplett beendet die sind nicht einfach hier gegangen unser die haben gekündigt oh man ach du kacke die haben gekündigt die haben gekündigt und ich denke mir ach so was so schön die kultur ist jetzt quitt okay genau richtig 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 scheiße muss man mal sagen ja so es wird langsam hell 6 uhr 7 uhr die ersten arbeiter sollten gleich rein strömen und da kommen die auch schon da kommen die ersten fleißigen so die ersten arbeiten natürlich schon und ist alles super der handwerker hämmernd richtig schön wieder die wände wieder zusammen muss ja auch alles halten super alle super ja 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 so klar der ding bau 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 so und jetzt wird natürlich gespart für ein neues werk teil da hier damit schön alles wieder funktioniert natürlich werk teil da ja neues aber arbeiter blog ne ich das mal so dafür brauche ich 2500 dollar ich habe hier gerade ja ich glaube es wird nur zwei tage dauern dann könnte ich das bauen wenn nix dazwischen passiert wäre weiß ich was dazwischen noch passieren ne ha 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 ich könnte ja auch erfolge bekommen und dann auf einmal bekomme ich einen kleinen Geldschub kann natürlich auch so sein es kann so vieles sein muss man mal sagen so so da wird schon gehämmert da wird schon gehämmert der ISO geht nicht mehr so Anno 2070 ist auch so ein Spiel was total Gutes wie ich finde kommen damit jetzt nicht sooo sehr klar aber es macht Spaß kann man so sagen ja kann man so unterstreichen So, ja, die putzen erstmal hier, richtig schön, das ist toll, fleischige Arbeiter, oh, so, was hab ich hier, okay, 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 alles super, ja, safe, 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 oh, hab grad 1000 bekommen, Run your company for, ja, meine company, meine Firma, läuft schon seit 25 Tagen ohne Probleme, beziehungsweise ohne Absturz, hey, so, und ob es weiter so bleibt, so erfolgreich, erwartet ihr in der nächsten Folge von Let's Play Smooth Operators, So, wenn es euch gefallen hat, dann natürlich zeigt es, ein Daumen nach hoch, nach oben, ich fang schon auf dann mit diesem, nach hoch, schlimm, 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 bis zum nächsten Teil.